Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem 200 Abo Special Ja ihr hört richtig, ich hab die 200 Abonnenten jetzt geknackt und bin richtig fröhlich, glücklich darüber Und bevor ich jetzt zu näheren Details komme, das heutige Gameplay ist wieder von mir spielt Auch wieder mit der FN Minimi Paare Endscore ist ein 21 zu 2, also ein recht ansehnliches Gameplay würde ich sagen Also ich hoffe, dass es euch gefallen wird Sondern jetzt komme ich zu mit einem kleinen Special Also ich habe die 200 Abonnenten und wie gesagt, ich bin richtig glücklich darüber Und bedanke mich jetzt schonmal bei allen Leuten, die mich abonniert haben etc. Also echt ein fettes Danke von mir auf jeden Fall Und was ich jetzt ansprechen wollte Nämlich dachte ich mir so als kleines Special Könnte ich doch, ähm, Ding machen, ein Abo zocken Also das habe ich ja schon angekündigt bei zwei Videos, dass ich ein Abonnentenzocken machen werde Und da werde ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was drüber erzählen Also das Abonnentenzocken wird Also das Video kommt heute am 5. Januar Und das ist ein Sonntag Und am nächsten Freitag Das ist der 10. Januar Da müsst ihr euch jetzt richtig fett im Kalender notieren So richtig fett Ihr wisst, was ich meine Ne, auf jeden Fall nächsten Samstag Das ist der 10. Ne, Entschuldigung, nächsten Freitag Das ist der 10. Januar Da wird das Abo-Special stattfinden Das wird um 19 Uhr starten Und wann es zu Ende ist, weiß ich noch nicht Also das sehe ich dann halt schon, wenn die meisten Leute nicht mehr da sind Und jeder von euch ist da herzlich eingeladen Also ich werde den Server einfach auf Nicht gelistet stellen Da tue ich euch dann jetzt auch nochmal einen Bookmock-Link in die Beschreibung schon mal reinsetzen Und das Passwort, das erfahrt ihr dann Und vielleicht habe ich bis dahin schon ein Team-Speak Wenn nicht, mache ich das über Skype Und dann dürfte das so auch funktionieren eigentlich Ja, jetzt werdet ihr euch ja fragen Ja, was macht der dann so bei dem 200-Abo-Special Und da habe ich mir so Sachen überlegt Wie zum Beispiel Also ich kann die Leute ja, wenn das so auf Unranked ist, so switchen Dass zum Beispiel 2 in einem Team sind Und irgendwie 20 im anderen oder so Also ganz lustige Sachen eigentlich Und da hätte ich dann so Sachen vor Wie zum Beispiel da Lukas und ich Also ich weiß nicht, ob er dabei ist Da gucke ich dann, wer dann Zeit hätte oder Bock hätte Von meinen Leuten, die mit mir auch meine Videos machen Da denke ich dann Und da könnte ich dann oder Würden wir vielleicht sowas machen, wie das Nein, aus 2 Spielen oder so zum Beispiel Oder ein Only RPG of Basra vielleicht Only M9 Es gab es bei Diggalpings Das ist auch ganz lustig Oder ein Only Knife und Defi zum Beispiel Irgendwie so Zeug, da lassen wir uns dann Ein paar echt coole Sachen einfallen Und dann denke ich mal, kann das was echt lustiges werden Und wie gesagt, ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen Vorbei zu gucken Und Ja, das war eigentlich auch schon das, was ich sagen wollte Was ich jetzt auch so nebenbei ansprechen möchte Ist, dass am Dienstag mein neues Mikro kommen wird Da mache ich dann vielleicht auch ein kleines Unboxing dazu Das weiß ich noch nicht, das seht ihr dann selber Und Ja Dann Dürfte ich glaube ich alles erwähnt haben Also nochmal richtig fettes Dank an euch Dass ich jetzt echt die 200 Abonnenten geschafft habe Und Das mit dem Server habe ich gesagt Mit dem TeamSpeak, da mache ich dann noch ein kleines Entweder ein kleines Video oder ein Post auf Facebook Das könnte ich auch mal ansprechen Nämlich habe ich eine Facebook-Seite Die ist auch immer in der Videobeschreibung unten drin Weil da schreibe ich dann auch Falls die Abo-Box mal nicht geht Werden da auch die neuen Videos Da mache ich euch dann immer einen Link rein Bei der Facebook-Seite Zudem sage ich dann auch immer was Wie so Sachen mit dem TeamSpeak jetzt zum Beispiel Also sowas werdet ihr dann darauf erfahren Also ganz wichtiges Zeug eigentlich Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen Aber jetzt dürfte ich alles gesagt haben Das mit dem Server habe ich gesagt Also nochmal ihr seid wirklich alle herzlich eingeladen Also ich würde mich freuen wenn Also so 16 Leute Also wenn ihr zum Beispiel halt 2 gegen meine Abonnenten machen wollen Oder so dann sollten wir das Gegnerteam Vielleicht schon voll kriegen mit so 16 Leuten Oder so damit es echt lustig wird Oder bei dem OnlyKnife Also ich zähle da auf euch Vielleicht kriegen wir auch den Server schon voll Ich weiß es noch nicht Aber so ein paar Leute hoffe ich mal Werden schon kommen Und ihr könnt wenn ihr wollt Auch euren Freunden Bescheid sagen Oder so dass die ja vielleicht mitzocken können Also wie gesagt das könnte eine echt lustige Sache werden Ich freue mich auf euer Kommen Jetzt habe ich alles gesagt Auch wenn ich es zehnmal hintereinander gesagt habe Ich habe mich jetzt einfach so über die 200 Abos gefreut Da darf man schon mal ein bisschen zerstreut sein Und ja das Gameplay lasse ich jetzt im Hintergrund noch auslaufen Das geht noch so eine Minute Und äh So doch das Wichtigste habe ich vergessen Was bin ich denn für einer Nämlich gibt es noch einen kleinen Einschub von mir Nämlich zum Gewinnspiel Das habe ich jetzt echt fast vergessen Das mache ich jetzt noch ganz schnell Nämlich könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen Das ist diesmal noch nichts so großes Also ihr könnt wenn ich ein TeamSpeak habe Da 30 Tage VIP gewinne Und auf meinem Oder unserem Server ist ja gesagt auch 30 Tage VIP gewinnen Da wird es dann drei Gewinner geben Also ihr könnt Also drei Leute von euch Können da einfach ähm Mitmachen und dann Können drei Leute halt TeamSpeak Äh nicht Rechte, Entschuldigung Ähm, VIP kriegen und halt auf jeden Fall VIP auf dem Server Der steht schon mal fest Und was ihr dazu machen müsst Schreibt einfach in die Kommentare Erstmal ob ihr natürlich beim Abo Special dabei seid Und dann noch ähm Warum ihr gewinnen wollt Und ja genau Jetzt habe ich alles gesagt Und dann sehen wir uns Allerspätestens Nächsten Freitag Bei dem Abo Special Also bis dann Leute Ciao Whoa goin eu los test le